Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5844. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Fritz. Ich repariere alle Arten von Kaffeemaschinen. Mein Name ist Fritz. Ich repariere alle Arten von Kaffeemaschinen. Wir sind eine glückliche kleine Familie und haben eine süße Tochter, die uns viel Freude macht. Wir sind eine glückliche kleine Familie und haben eine süße Tochter, die uns viel Freude macht. Wir sind eine glückliche kleine Familie und haben eine süße Tochter, die uns viel Freude macht. Ich nehme eine Ananas-Pizza mit dünnem Boden. Ich nehme eine Ananas-Pizza mit dünnem Boden. Ich habe fünf Stunden im Krankenhaus gearbeitet. Jetzt habe ich Pause. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt. Aber ganz sicher ist sie sich nicht. Wir gehören zusammen. Wir tragen die gleichen Socken. Der Lohn der Anstrengung ist nicht immer sofort sichtbar, aber immer spürbar. Der Lohn der Anstrengung ist nicht immer sofort sichtbar, aber immer spürbar. Dieses Problem lösen wir gemeinsam im Team. Dieses Problem lösen wir gemeinsam im Team. Ich habe diesen Rollstuhl seit vielen Jahren. Ich werde mir bald einen Elektrorollstuhl zulegen. Ich habe diesen Rollstuhl seit vielen Jahren. Ich werde mir bald einen Elektrorollstuhl zulegen. Ich habe diesen Rollstuhl seit vielen Jahren. Ich werde mir bald einen Elektrorollstuhl zulegen. Ich habe blaue und gelbe Stifte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich werde mir bald einen Elektrorollstuhl ausprobieren. 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 Ich werde mir bald einen Elektrorstuhl ausprobieren. Vielen Dank.